Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen TechnikVLT-Video. Es wird Zeit für meinen Testbericht zum Huawei MateBook D14. Das Gerät in seiner aktualisierten Form hat Huawei vor ca. 4 Wochen vorgestellt. Vor ungefähr 3 Wochen habe ich das Gerät ausgepackt und seitdem nutze ich es so oft wie möglich. Natürlich fürs normale Zeug, aber ich habe auch drauf gespielt und ich habe mich auch am Videoschnitt auf dem Gerät versucht. Und ich habe etliche Akkuzyklen schon damit hinbekommen. Wir gehen jetzt die einzelnen Punkte durch. Verarbeitung, nettes Alugehäuse, wie ist das Display, Lautsprecher, Performance, Akkulaufzeit, Tastatur, Trackpad. Was ist mit den Anschlüssen und was ist mir sonst noch alles so aufgefallen? Ich sage aber so viel. Das Gerät kostet 700 Euro und ist damit eigentlich ein guter Allrounder. Es hat ein paar Schwächen in meinen Augen oder meinen Ohren. Lüfter, Akkulaufzeit, je nachdem wie man es nutzt. Und eigentlich den nicht angemessenen Anschlüssen. Es hat aber auch ein paar Stärken und dazu kommen wir jetzt zu allerersten Punkt. Das Gehäuse und die Verarbeitung. Wir haben es hier mit einem 14 Zoll Notebook zu tun, was in einem schicken Alugehäuse daherkommt. Ich sage direkt so vorweg und da schreien jetzt viele. Es ist nicht so nett verarbeitet wie ein MacBook von Apple. Aber die Dinger kosten ja mindestens das Doppelte. Für eine Windows-Kiste finde ich das echt schick und dünn und vor allem auch leicht. Das Gerät kostet und wiegt unter 1,4 Kilo. Ich glaube, es sind genau 1,38 Kilogramm. Das Gerät liegt da hinten. Also das Gerät, mit dem ich es nicht am ehesten vergleichen würde, aber womit sich das Gerät in meinen Augen messen lassen muss, ist ein Lenovo Thinkbook E4. Jetzt sind wir bei der 495er-Generation. Auch 14 Zoll, dicker, schwerer, plastiker, aber auch von der Hardware sehr vergleichbar. Das ist nur so viel. Dazu kommt aber noch was. Und im Vergleich dazu sieht das Ding einfach nur sexy, dünn und sonst was aus. Das ist das, wo man in meinen Augen diesen, sagen wir mal, hunderter Euro Aufpreis zahlt. Aber Verarbeitung, lasse ich nichts drauf kommen. Wir haben einige Anschlüsse an den Seiten. Machen wir das auch direkt zuerst. Wir haben einen USB-C-Anschluss, über den das Gerät geladen wird. Bedeutet, wenn da der Stromstecker dran ist, dann ist der belegt. Und jetzt kommt das, was ich sehr schade finde. Da drin verbirgt sich kein Thunderbolt 3, was ich vielleicht in dieser Preiskategorie noch verknusen kann, auch in 2020. Aber was ich Huawei böse finde oder übel nehme, es ist nur Übertragungsstandard USB 2.0. Boah, warum? Das beschneidet das so viel. Damit fallen alle Docks raus und was nicht alles. Ich habe zwar noch einen normalen USB-Anschluss mit 3.0, ich habe auch noch einen mit 2.0, aber dass hier nicht noch ein bisschen mehr Anschlüsse sind, weil Platz wäre da gewesen und zumindest ein zweiter USB-C-Port oder das wäre schon was gewesen. Also das finde ich ein bisschen sehr schade. Ich habe zusätzlich natürlich nach wie vor einen Audio-Anschluss und ich habe zusätzlich HDMI. Das Ding an HDMI-Kabel anschließen und mit dem Monitor betreiben am Externen gerade jetzt, gar kein Problem, hat bei mir auch wunderbar funktioniert. Bluetooth-Maus dran und ganz normal loslegen. So, also das für alles außenrum. Habe ich bisher irgendwelche Kratzerabnutzungen oder sonst was? Nein. Ihr könnt übrigens jede Farbe haben, solange es dieses dunkle Space Gray ist, sage ich jetzt einfach mal. Und nein, die Huawei-Buchstaben leuchten leider nicht. Das wäre die Gelegenheit gewesen. Aber Kratzer oder sonst was habe ich hier noch nicht reinbekommen. Auch keine Dellen. Und ich bin, ich hatte es ja auch auf dem Trip mit. Und das Gerät war in Tirol. Keine Probleme damit her. Also irgendwas Auffälliges. Nein. Kommen wir als nächstes zum Display. Es ist kein Touchscreen. Finde ich ganz okay. Full-HD-Auflösung. Passt bei einem 14-Zöller. Es ist ein mattes Display. Ihr seht das hier gerade. Es wird relativ okay hell. Also ich sage mal so, auf dem Balkon, wenn man da doch mal Sonne hat, man kann noch was erkennen. Aber man braucht volle Helligkeit, die extrem auf den Akku geht. Es geht, aber es ist eher ein Gerät ganz klar für drinnen. Aber da passt es. Was ich bei dem Display weniger gut finde, ist, was soll man sagen, Blickwinkel und Farben sind nicht so Knorkel. Da merkt man bei all diesem Zeug, beim Display haben sie wahrscheinlich was gespart. Es ist aber einfach ein Standard-Display. Es ist jetzt kein Augenschmaus, das auf keinen Fall. Aber es ist ein okayes Display. Ich habe ein Backl-Brown-Beading, was aber im normalen Alltagseinsatz überhaupt nicht auffällt. Das fällt nur auf bei voller Helligkeit und drumherum keine Helligkeit mehr. Beim normalen Arbeiten, Surfen, Filme drauf gucken oder sowas. Passt reich dicke aus. Aber es ist kein besonders nettes Display. Das sage ich jetzt mal. Es ist einfach nur so okay, ohne viel Liebe drin. Das Gleiche kann man eigentlich über die Lautsprecher sagen. Die werden zwar laut und dröhnen dann schön und vibrieren überall. Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon ca. 5 Minuten, in dem ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. So richtig was los war diese Woche ja nicht. Aber es gab jede Menge kleinere Neuvorstellungen und Produktankündigungen. So, das sind okaye Standard-Lautsprecher. Damit mache ich keine Küchenfete. Das auf keinen Fall. Aber es reicht, um damit dann zu mehreren Personen einen Film zu gucken oder sowas. Oder auch alleine. Auch zum Zocken reicht es hier und da. Aber ich glaube, jede vernünftigen oder jede normalen Kopfhörer bieten, glaube ich, ein besseres Klangerlebnis als das, was hier aus diesen Boxen rauskommt. Ich glaube, wir haben auch nicht irgendwas hier mit Dolby, Atmos irgendwas oder sowas. Nee, das wird dem auch, glaube ich, nicht gerecht. Das sind auch wieder einfach Standard-Lautsprecher. Die haben kein Rauschen. Wie gesagt, bei viel Helligkeit, viel Lautstärke vibriert man, dass man das auch merkt, wenn man das an den Händen hat. Aber wenn ich hier nochmal, was weiß ich, ich tippe was und höre nebenbei ein Hörbuch oder Radio oder gucke ein YouTube-Video und schreibe nebenher irgendwas, merke ich das. Also da vibriert es nicht bei normaler Lautstärke. Da keine Angst haben. Also ich sage mal so, die Lautsprecher passen zum Display, gehen in Ordnung, ist so gerade Standard, aber nichts, wo ich jubeln würde. Kommen wir als nächstes. Was sagen wir? Performance. Wir haben es ja hier mit einem AMD-Notebook zu tun. Seit Ewigkeiten mal wieder. Und ich finde auch von der Performance der Ryzen 5, der hier drin ist, 3500U, woher sie den Namen woher haben, ordentlich. Also performance-mäßig finde ich das hier echt ordentlich. Auch die Vega 8-Grafik, die hier drin mit verbaut ist, reicht eigentlich für vieles aus. Also andersrum. Fürs normale Arbeiten oder sowas. Also fürs Rumsurfen oder sowas. Reden wir nicht drüber. Wer damit Office macht und rumsurfen will und Streaming-Dienste und 4K, was auch immer gucken möchte, trotz des Full-HD-Displays, kein Ding. Das schafft die Kiste hier auch. Aber das ist sowas, das schafft auch jedes von einigermaßen okay, 300-400 Euro Notebook. So, deswegen kein Problem. Ich bin wieder hingegangen, habe auch meine normalen Blizzard-Spiele gezockt. Problemlos, auch bei Full-HD-Auflösung, flüssiges Spielen, ich sage jetzt mal Overwatch und Co., möglich. Also alles, was so ein paar Jahre in die Jahre gekommen ist, kein Problem. Aktuelle Spiele werdet ihr hier bestimmt nicht mit glücklich. Dazu muss man noch sagen, es gibt, ihr könnt nicht nur jede Farbe haben, solange es schwarz ist, sondern auch jede Konfiguration, solange es folgende ist. Die mit der Ryzen 5 3500U und 8 GB RAM, beides, CPU und RAM, sind fest verlötet auf dem Ding. Finde ich auch ein bisschen schade, hat man keine Möglichkeiten. Das Einzige, was man machen kann, ist die Festplatte tauschen. Was war das? 2.280er, also vom Format her, 5.1200 GB. Da lassen sie sich nicht lumpen. Ich wünschte mir hier und da noch vielleicht eine 16 GB RAM-Version. Oder dass ich da die Möglichkeit habe, selber Hand anzulegen. Aus folgendem Grund. Es sind zwar 8 GB RAM und da sagen viele, ja, das reicht mir ja aus. Ja, aber ich glaube, 1,1 GB sind vom RAM schon für die GPU, für die Grafikeinheit schon belegt. Und das ist oft, wenn ich dann damit was mache oder nichts mache und dann nebenher dann doch nochmal in den Taskmanager gucke und dann Leistungsreiter oder was auch immer. Auch wenn da gerade nichts läuft, 42 Prozent vom RAM sind eigentlich schon reserviert. Und je nachdem, was man damit macht, also deswegen, also zum Zocken reicht es. Bildbearbeitung auch möglich in Maßen, ohne viel Erwartung zu haben. Und jetzt bin ich natürlich hingegangen und bin natürlich der Sausack und habe hier drauf Videos geschnitten. Habe da Vinci Resolve genommen, habe 4K-Videomaterial genommen und es geht. Es geht. Auch schneiden, ja, 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 ja. Das erinnert mich so in einigen Punkten so an, ich will nicht sagen MacBook Air Schneideerlebnisse von früher, aber es geht in die Richtung. Man kann hier drauf auch Videos schneiden und auch Videos, das passt. Hier und da würde ich es mir halt ein bisschen flüssiger wünschen, auch vom Schneideverhalten oder vom Bearbeiten. Und beim Output merkt man es dann. Habe ich jetzt ohne großartig da Color Correction zu machen, sondern einfach nur Quick and Dirty, so wie Faultier-Videos nun mal jetzt sind, habe ich bei einer Ausgabe mit Full HD, und da Vinci startet immer noch, gut, die brauchen immer was, aber es dauert, habe ich bei einer Ausgabe von Full HD Video, 4 mal Daumen Faktor von, was war denn das, 1,5 bis 2, was eigentlich okay ist für Full HD Videomaterial. Ah, jetzt ist es gestartet. Und für 4K Videomaterial komme ich auf einen Faktor von 4,5 bis 5. Was ich damit sagen will, eine Minute ist euer Video lang, oder braucht 4,5, 5 Minuten, bis es ausgegeben ist in 4K, oder halt 1,5 bis 2 Minuten in Full HD. Damit kann man arbeiten, aber es ist halt kein super-duper-Schnittmonster oder Hardcore-Arbeitsmonster. Nur um das einzuordnen. Das ist ein schickes, leichtes, solides, normales Ding, mit dem man auch mal ein bisschen mehr machen kann. Aber wer öfter mehr machen will, wird hier vielleicht nicht ganz glücklich. Wobei ich da auch wieder sagen muss, dann landet man ja, wenn man da glücklich werden will, in Kategorien über 1.000 Euro. Da ist der Preisabstand natürlich schon mal wieder ganz okay, sage ich jetzt einfach mal. Akkulaufzeit oder Lüfter? Machen wir den Lüfter zuerst. Das ist nämlich so, dass gerade die ganze Zeit, auch beim Starten von DaVinci, hört man nichts. Auch im Hintergrund, Chrome-Browser mit einigen Tabs offen, hört man nichts. In der Regel ist das Ding auch ruhig. Also in der Regel ist die Kiste ruhig. Aber immer mal wieder, wenn du was, weiß ich, Updates suchst oder sowas. Oder spätestens beim Starten der größeren, in dem Moment, wo ich jetzt ein Video in DaVinci Resolve reinkopieren würde. Oder in dem Moment, wo der anfängt, Dateien runterzuladen aus dem Internet. In dem Moment, wo da ein bisschen mehr Aktivität kommt, ohne jetzt groß CPU-Last zu machen, sondern es passiert halt was. Auch WLAN-Last reicht schon aus. Dann startet der Lüfter. Wenn es jetzt so ruhig ist wie hier, höre ich den. Und den höre ich auch noch auf zwei, drei Meter Abstand. Der hat verschiedene Stufen. Und der hat nach oben hin eigentlich eine späte Steigerungsnummer. So nach dem Motto, er fängt an. Und dann wird es intensiver. Er hat mehrere Stufen. Und wenn er dann richtig gefordert wird, beim Zocken oder bei der Video-Ausgabe, dann hört man den auch richtig. Jetzt kommt aber das Problem. In der normalen Umgebung, was weiß ich, ich habe das Fenster offen, habe genügend Umgebungsgeräusche. Dann höre ich den nicht, auch wenn der anfängt zu arbeiten. Oder in den Stufen, wenn ich halt nicht auf volle Last bin. Aber wenn es ruhig ist und das Ding springt an, höre ich ein Metall nicht fliepen. Das ist halt nicht nur ein Rauschen, sondern da oben ist noch ein metallischer Klang. So, also, was einem auf den Beutel geht. Das will ich damit sagen. Dieses Gerät ist nichts für geräuschempfindliche Leute. Und damit meine ich jetzt nicht komplette Silent Notebooks. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ihr werdet den Lüfter auch im normalen Alltag immer wieder hören. Und wenn es dann ruhig ist, hört ihr auch diesen hohen Ton. Und Höhtöne gehen einem auf dem, gerade wenn man da je nachdem was konzentriert machen möchte. Deswegen ganz zufrieden. Also ich bin nicht mit dem Lüfter, das ist so was. Hätten sie den nur auf Standard gemacht, aber der Lüfter ist so von der Steuerung, beim Pusten, ja. Aber dieses metallische Höhe, finde ich eher ein bisschen ungeil. Okay, sobald die Last weg ist, geht es auch schnell wieder runter von den Maximalluftumdrehungen. Aber halt in die Richtung, man hört es immer noch, er ist immer noch an. Jetzt die ganze Zeit nicht, aber ich habe ja hier ein paar Aufnahmen bestimmt eingeblendet oder so gehört. Akkulaufzeit. Kommt wieder die große Frage, was man damit macht. Ich gebe dem Ding normaler Einsatz sieben, vielleicht siebeneinhalb Stunden. Ich bin mir auch völlig im Klaren, wenn man das Display auf 50% macht und dann nur ein Word-Dokument aufmacht oder sich vor eine Excel-Tabelle setzt, dann schafft man damit auch bestimmt 10 Stunden. Oder ganz wenig, oder Video, ich gucke ein Video-Streaming mit nicht allzu viel Helligkeit oder sowas. Dann durchaus lange Akkulaufzeiten. Aber in der Realität nein. Wenn man den normal als Notebook im Einsatz hat, immer normales Zeug macht, nicht nur Office, sondern auch mal das macht und das macht und man hat auch Netzwerkaktivität. Also man nutzt irgendwann, man nutzt das Internet, dann ist man hier rucki zucki Richtung 8, unter 8. Deswegen und vor allem, es ist ein Riesenunterschied, wie hell ich das Display habe. Diese siebeneinhalb Stunden ist immer noch nicht bei voller Displayhelligkeit. Bei voller Displayhelligkeit komme ich eigentlich auf unter 5 Stunden, 4,5 bis 5 Stunden. Aber dann ist auch wirklich zappenduster und dann darf ich auch da nur relativ leichtes Zeug machen. Im Worst-Case-Szenario, Display, volle Möhre und permanente Last, kriege ich die Kiste auch in 2 Stunden leer gesaugt. Kein Problem. Relativ erfreulich ist, das Aufladen, beiliegendes Netzteil sind glaube ich 65 Watt. In 2 Stunden ist die Kiste wieder echt gut voll. Oder auch mit anderen Netzteilen. Ich habe auch normale, stärkere Handynetzteile, Ladennetzteile benutzt. Gar kein Problem. Das Ding war echt genügsam. Braucht natürlich mit schwächeren Netzteilen länger, um wieder aufgeladen zu werden. Ich habe einen Fingerabdruckscanner in der An- und Austaste. Schön, schön. Der funktioniert auch vernünftig. Ich habe, glaube ich, eine 1,1 oder 1 Megapixel Webcam hier unten. Gerade aktuell wieder. Ist von der Bildqualität für so ein kleines Ding erstaunlich okay. Aber der Winkel von unten, das ist halt wieder die Sache, wo ich dann irgendwie so immer mal wieder gucke, ob man nicht das Ding schräg ein bisschen höher stellt. Also ist natürlich ein schönes Gimmick, das da unten. Wobei ich auch sagen muss, die Taste sitzt nicht sauber. Also da, wo die Webcam drin ist, was ja so ein tolles, nettes Feature ist. Aber wenn man da drauf guckt und diese Taste steht so halb, nicht halb raus, aber die steht halt ein paar Millimeter höher als die anderen. Und von der Seite. Und hä? Kann natürlich sein, dass das hier bei Pre-Production Press ist. Nein, ist es nicht. Und ich bin auch der Erste, der es ja ausgepackt hat von dem Testgerät hier. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen so ist oder jetzt nur bei dieser Einheit hier. So, über die Anschlüsse habe ich mich schon aufgelassen. Thunderbolt 3 erwarte ich nicht. Aber zumindest ein zweiter USB-C-Port wäre nett gewesen. Oder diesen USB-C-Port mit USB 3.0 übertragen, damit ich halt als Dock mir noch was anschließen kann. Denn so ist der mit Laden beschäftigt und das war es. Und dann das für ein neues Gerät Anfang 2020, wo wir es endlich geschafft haben, dass sogar Autos mit USB-C-Anschlüssen geliefert werden. Man sieht immer mehr Anschlussgeräte und, 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 und. Ne, das finde ich so eine vertane Chance. Also, das finde ich schlimmer, als nur Standard bei einigen anderen Punkten zu haben. Eingabegerät habe ich jetzt noch gar nichts zu gesagt. Tastatur gefällt mir durchaus gut. Leises Tippen, echt leises Tippen ist das hier. Das geht wieder in die Richtung Butterfly-Tastaturen. Aber schön und man tippt ruhig drauf. Trackpad ist so ein, okay, leicht überdurchschnittliches Standard-Trackpad. Ne, ist die Druck, also das Federn von Tastendruck hier, es gefällt mir sehr gut. Ich habe fast keine Fehleingaben, auch bei der Multitouch-Einnutzung, ja. Aber es ist so, nicht, also ich sage mal so, 15-Zöller Xiaomi lobe ich ja immer, oder die Apple-Trackpads, nochmal andere Kategorie. Ach ja, das wäre vielleicht so was, ne. Das mit dem 13er Xiaomi Air zu vergleichen. Ne, das wäre vielleicht auch interessant, auch klar, preislich liegen die eng beieinander. Das wäre, müsste ich mal gucken. So, Anschlüsse habe ich auch. Tastatur, Eingabe, Trackpad, also fürs normale Zeug reicht das. Und das ist Tastatur besser als das Trackpad. Das noch zur Einordnung. So, und damit bin ich durch. Verarbeitung, Tastatur, Eingabegeräte, Display, Lautsprecher, Akkulaufzeit, Performance. Ne, dafür reicht es dicke aus. Also, ne, passt alles. Kommen wir zur Preisdiskussion. Für 700 Euro kann ich da nicht wirklich so richtig motzen. Wenn ich einen vergleichbaren, ausgestatteten Thinkbook, E-Thinkbook von Lenovo habe, für 600 Euro, für ein bisschen weniger, wobei man da aufpassen muss, die kriegt man halt, wenn man den auch mit 512 GB Festplatte nimmt, wird es halt, glaube ich, dann sind die dann preislich wieder gleich. Wobei, ich glaube, da habe ich dann auch vielleicht 16 GB schon drin. Nein, was ich sagen soll, ne, das wird vielleicht eine schwere Entscheidung. Ne, die haben beide so, hier, wie gesagt, für den Preis geht das Ding absolut in Ordnung. Ne, Standard-Display, Standard-Lautsprecher, Performance ist gut. Lüfter, ne, aber das ist, ich will nicht sagen, jemand auf hohem Niveau, aber ich habe die Warnung ausgesprochen, nicht für absolut Geräusch unempfindliche Leute oder empfindliche Leute zu empfehlen, ne, und ansonsten mag ich da nicht motzen. Aber ich sage auch, eigentlich hätte ein zweiter USB-Anschluss, USB-C-Anschluss verbaut sein können. Ja, ne, und das fuchst mich so ein bisschen. Aber ansonsten, ach ja, und dann dieses Huawei-Share-Feature, ne, da einfach ein anderes Huawei-Gerät, wo habe ich es denn jetzt eben hingelegt, ne, und dann das Spiegeln und so. So, Träumchen, also das funktioniert echt, echt, echt gut, Speicherkarte voll. Also, äh, Huawei-Share, das, das machen wir jetzt aber noch einmal komplett live, weil das ist, ich glaube, ich habe das noch nicht irgendwo anders so schön fargstückelt gesehen wie bei Huawei. Da ist der PC-Manager direkt mit drauf, ist auch, macht Task-Manager, macht Updates und, 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 und. Und, aber auch, äh, hier, ich habe die Möglichkeit, mein Telefon zu machen. So, und jetzt sind die, haben die sich schon, ach ne, da oben, ne, mein Telefon, einmal schnell verbinden. Ne, dann habe ich hier, äh, P, äh, hier, dann kommt da der Hinweis, möchten sie sich verbinden? Ich sage ja, ne, Rucki-Zucki geht der jetzt so einige paar Sekunden. Nochmal am Rechner bestätigen, zulassen und jetzt kommt, dadadadadadada. So, jetzt taucht da Immu, Immu-Ei-Desktop auf und daneben habe ich mein Smartphone und wenn ich da jetzt, ne, es spiegelt das jetzt einfach. Ich weiß, das gibt auch noch bei anderen Windows-Möglichkeiten mit Android-Telefons, kalter Kaffee, alter Hut. Aber ich habe dieses Share-Feature, wo ich einfach die Sachen rüberziehen kann. Funktioniert, Hotspot aufmachen, funktioniert. Zu 99 Prozent ist das hier ein echt angenehmes Nutzungserlebnis. Das jetzt nochmal, wenn man in diesem Huawei-Kosmos ist, ja. Aber was ich aber auch habe, immer mal wieder WLAN-Störungen bei dieser Verbindung. Wenn er dann da die Verbindung hat und ich im Hintergrund eine dicke Datei runterlade, dann ist der Download echt gut und dann verbinde ich die Geräte und dann bricht das ab. Und es liegt nicht daran, dass das Notebook dann über das Smartphone versucht, übers Internet zu terrern oder sowas. Nein, 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 nein. Das vielleicht nur doch da als Hinweis, dass das möglich ist. Und das ist echt eine schöne Nummer. Also wenn man in diesem Huawei-Kosmos ist, echt, echt, echt. Schön, also ja, so. Das war es jetzt eigentlich mit der Kiste. Also wie gesagt, es sind so ein paar Sachen, es ist so, was mich jetzt einfach nur so fuchst. Für 50 Euro mehr oder selbst 100 Euro mehr Preis, die paar Sachen ausbügeln. Und ich würde hier hupf hüpfen und ich wäre begeistert. Aber es fehlt halt so ein Tickchen, wo ich mir wieder denke, ja, passt. Und jetzt nehmt das bitte mit Huawei. Und wenn ihr nächstes Jahr das D14 2021 macht, ich meine, oder vielleicht dieses Jahr noch ein Update rausbringt. Die Vierer Ryzen sind ja eigentlich, könnte man ja eigentlich machen. Dann baut noch einen zweiten USB-C-Anschluss ein und macht Lüftergeräusch einen Ticken anders und vielleicht noch ein bisschen mehr Akku-Optimierung und ich hüpfe voller Begeisterung im Kreis. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.